Willkommen zurück bei Deliver Us The Moon, unserer neuen kleinen angespielten Reihe. Ja, ein bisschen dreckig und schmutzig sind wir hier an unserem Anzug, sitzt aber ansonsten perfekt. Wir sind startklar, fast, um mit der bestimmt total modernen Rakete zum Mond zu fliegen und zu schauen, was dort passiert ist. In der letzten Folge haben wir über die Hintergrundgeschichte sehr viel erfahren. Die ist sehr düster, aber auch irgendwo, ich glaube, sie wirkt deshalb so bedrückend, weil sie so verdammt realistisch erscheint teilweise. Also, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das weiterentwickelt. Das ist eine Angespieltreihe, ihr könnt wieder mit abstimmen. In der heutigen Folge geht's um die Grafik. Wie gefällt euch der Grafikstil, das ganze technische Drumherum bei Deliver Us The Moon? Ich bin sehr gespannt darauf. Oben rechts in der Ecke habt ihr wieder das I für Infokarte und könnt fleißig mit abstimmen. Am Ende der fünf Folgen haben wir dann eine Wertung gemeinsam. So, und wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier machen müssen. Reboot, ähm, ja, machen wir mal. Ja, Reboot tut gut. Reboot. Der Sturm kommt schneller näher als gedacht. Huch, äh, F geht mal wieder raus. Ich bin immer mit Escape raus. Ähm, der Sturm kommt schneller näher als gedacht. Was haben wir denn jetzt hier? Glows both, äh, hydrogen fuel valves. Okay, also die, wir müssen die, die Tanks zumachen. Die, die, die Zuströme. Ja, so lange können wir hier wahrscheinlich, oh, komm, lass uns einfach mal starten. Jaggen wir die Rakete mal in die Luft. Äh, ja, nee, ist nicht. Also, war zu erwarten. Äh, diese, die, die Zuleitung müssen wir dicht machen. Fantastisch. Ja, es wird windiger. Ich kann's bestätigen. Hup. So. Hup. Hup. Und. Nein, es ist dicht. Öckel, öckel. So, Nummer 2 war da drüben dann wohl. Das ist hier zum Glück alles sehr einfach aufgebaut. Und zack, zack. Äh, äh, äh. Äh. Tja, okay, abgesagt. Ciao. Scheiße. Komm, komm, stell dir zu an. Du bist ein Astronaut. Halt dich da oben fest. Zieh dich hoch. Das ist doch, das, das, das wird meine Oma sich hochziehen. Ja, gut, mit dem Astronautenanzug wird sie sich da vielleicht nicht mehr hochziehen. Äh, 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 hier geht eine Treppe hoch. Vielleicht gehen wir dann, wenn das Ding hier, wie kriege ich, äh, äh, Fahrstuhl. Wenn nix mehr weiterhilft, rufe einen Fahrstuhl. Das bringt mich jetzt reichlich wenig. Das bringt mir jetzt reichlich wenig. Moment. Hier waren wir schon, äh, 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 äh. Entschuldigung, wir müssen den Start so ein paar Tage verschieben. Ich muss erst die Leiter reparieren. Ähm. Ja, da hochklettern bringt uns auch nix. Weil, da kommen wir da nicht weiter. Das ist ja im Bau. Wir hatten sich so einen Scheiß ausgedacht. Äh, äh, äh. Können wir irgendwie einen anderen Knopf drücken? Anderen, da waren ja noch andere, andere PCs. Können wir irgendwie dieses Tor da hochfahren? Dass die Treppe hochkommen und dann von hinten dahin kann. Naja, an dem Ding können wir nix machen. Vielleicht auch mal rebooten. Nee. Der zeigt nur dasselbe an wie... Okay, und hier ist nach wie vor rechts das... ...beschlossen... ...ja... ...doof. Also hier findet man die Lösung nicht. Dann wohl doch unten. Ja, ich weiß! Hättest du mal eine anständliche Leiter hier installiert. Misses, ich berechne alles. Leiter. Verschiebbar. Leiter, verschiebbar. Auf, 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 auf Zugverschiebbar. Auch auf Aufzugverschiebbar. Manchmal kann es so einfach sein. Jo, dann kommen sie mal mit hier. Jo, so, 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 so. Ups. Äh, jetzt müssen wir es... Ah, man kann drehen, Moment. Äh, so. So, so. Achso, äh, Moment. Das war ja die ganze... Ah. Mann, ah, das war alles an diesem scheißen Wind. Ah. Ah. So. Passt. Mann, zu damit. Sehr gut. Jetzt. Jawohl. Jetzt drehen wir den Schlüssel um. Es ist nicht explodiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ein Foto muss einfach sein. Ein letztes. Was ist los? Eins... Ah, jetzt habe ich auch noch ein... Na toll. Jetzt kann ich auch noch sprinten. Ich habe doch keine Ahnung, wie man so eine Rakete... ...startet. Oder wo ich hin muss. Spiel. Das ist im Übrigen schon sprinten. Ich hoffe, der Fahrzeug... Irgendwie der Fahrzug... Ich hoffe, der Fahrzug funktioniert. Wann ist das lauter? Alarm funktioniert. Das ist da... Aber Leitern brechen. Äh, mach ob. Ja, ja. Ich habe doch noch 30 Sekunden. Alter. Wie lange dauert denn das noch, bis wir da sind? Fünf Sekunden. Okay. Oh, der Taktkotron ist fertig. Wir sind näher da. Es ist genau wie in deinem Training. Du kannst das machen. Initiate Launch-Procedure. Ich dachte, ich müsste jetzt in 30 Sekunden hier die ganze... Äh, äh... Äh, was? Ich drücke einfach mal. Hm, hm, hm. Ground Launch-Sequencer startet. Ah, okay. Ready to retract the orbital access arm. Das ist das Ding. Ah, in diesem blauen Bereich. So, warten wir jetzt. A1, A3, B3, B4. Okay, ja, okay. Ich verstehe. Moment, B3, B4. Check. Ready to retract the... Okay, ja, nochmal Oxygen-Dingspumpsarm. Oh, das war nichts. Equipment. Vent Arms safely in place. Auch drin. Was müssen wir jetzt machen? Äh, 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 hier. Quit to release all valves. Zack, zack, zack. Auch gut. Sound-Suppression-System engaged. Initiate Hydrogen-Burn-Off. Äh, beide... Äh, äh... Hup, 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 hup. Ops. Hydrogen-Burn-Off-System aktiviert. Rocket-Booster ready for ignition. Echt... 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 Echt, 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 echt. Äh, öh, 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 tschau. Rocket-Booster ignition start. Engine ready in 5. 4, 3, 2, start. 1. Im Sturm start. Hup, 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 hup. Ja. Keine Warnleuchte. Das ist beruhigend. Guck mal, da sind wir also. Glaub ich. Ich glaube, wenn man wirklich hier drin sitzen würde, könnte man nicht mehr so einfach den Kopf bewegen. Tschau, Atmosphäre. Tschau, Erde. Tschau, Wüste. Hi, Mond. The rocket has entered the thermos here. You're on your way, between the one. Ah. 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 Da unten, die Erde, im Dunkeln, wir sehen nur ein paar Lichter brennen von einigen Städten. Ah, und da, die Tag-Nacht-Grenze. Das war gerade Afrika. Da oben hat rüber geflogen sind. Wahnsinn, Indien. Hallo, hallo? Nicht doch jetzt schon. Deliver us in the moon. Ja, wenn es so leicht wäre. Wir sehen die Erde wirklich so, auch die Wolkenfarbe, ne, so, 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 so rot, fast schon maßähnlich. Teilweise die Färbung. Ah, ist schon cool gemacht. Die kaputte Erde. Cut off Main Engine. Oh, wir sollten vielleicht hier weitermachen. Das müssen wir. Complete the second stage of the launch sequence. Okay. Zack. Und zack, zack. Zum Glück wird mir das hier alles angezeigt. Und ab. Stille. Der Weltraum. Unendlich in ein... Deliver us in the moon. Ja, wir werden es probieren. Ja. Wir werden es probieren. Ja. Wir werden es probieren. Das ist mal ein beeindruckendes Bauwerk. Das ist das MPT. Ich, ich, ich frage mich, ob hier wirklich kein Sound sein soll oder ob das gerade ein kleiner Bug ist. Das ist das MPT, das deaktivierte. Und wir sind oben. Ach so, wir müssen da andocken oder wie? So deute ich jetzt mal dieses Ding. Ach du Scheiße. Das ist ja geil. Ähm. Movement. Move up. Move down. Alles klar. Ich mach das erstmal ganz vorsichtig. Okay. Wir gehen ein bisschen vorwärts. Okay. Das hat eine enorme Drehkeit. Ich hab nur zwei, dreimal Move down gedrückt. Und wir sind immer noch am, am downmoven. Das, wir haben ja keinen Widerstand. Das heißt, das ändert sich auch nicht. Ich muss also mit der, mit der Schubdüse wieder ausgleichen. So. So. Bisschen abbremsen weiter. Wir müssen hoch, hoch. Ach so, hoch ist ja das. Ah, ich hab jetzt W gedrückt. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir schaffen das. Oh, je näher man kommt, desto, desto empfindlicher wird das. Ah, das ist so geil gemacht. Hier gerade wie so ein... Wie so ein richtiger Simulator in der Raumfahrt. Okay, wir müssen runter. Ich frage mich noch, warum das noch immer gelb ist. Sind wir zu schnell? So, komm schon. Alter, fuck. Sind wir zu schnell? Das ist noch immer gelb. Ich hoffe jetzt, das schlägt nicht... Schlägt nicht fehl, weil ich behaupte eigentlich an sich. Das hat scheinbar geklappt. Ich hatte jetzt echt Angst, weil das immer noch gelb war. Deshalb war ich so super vorsichtig. Ich wollte, dass das grün wird. Aber das... Gelb reicht schon. Station Power, very low. MPT-Network, offline. Hm. Aber wir können Fluktuationen durch die MPT-Network. Wenn ihr das hören könnt, wenn ihr das Kontrollcenter aufhört, probiere es, was ist mit der MPT-Konnexion, damit ihr sie wieder online bringen könnt. Glückwunsch, Glückwunsch. Okay. MPT-Network wiederherstellen, damit wir Kontakt mit denen aufnehmen können. Momentan haben wir One-Way-Street quasi. Ach du Gott, und wir sind hier natürlich in der Ferrerlosigkeit unterwegs. Ja, geil. Okay. Wir werden uns, wenn ich schon nicht mehr weiß, wo oben und unten irgendwann ist, ich werde mich so, ich bin jetzt schon lost. Hier ist ein Space Station. Five years after the blackout. Das sehen wir gut hier alles. Wir können nur da lang. Airlock. Lass mich raten. Dahinter ist nicht viel Air. Hier scheint gerade ein Auto speichern gewesen zu sein. Unten rechts zu sehen. Ich mach mal Licht an. Oxygen Debleeding. Drei Minuten Sauerstoff. Ja, geil. Das ist schon immer das, was ich wollte. Nur noch drei Minuten Sauerstoff haben. Hier ist rot markiert. Hier muss ich bestimmt hin. Tab Objective. Bring Life Support System back online. Das hätte ich mir fast gedacht. Und was haben wir hier? Das ist lockt und hier, das sieht aus, als müsste man irgendeinen Schlüssel da reinbringen. Das sieht aus, als müssen wir irgendeinen Schlüssel da reinbringen. Also Schlüssel finden. Schlüssel. Mal hier was aufmachen. Kisten. Ne, das sieht auch nicht nach Schlüssel aus, sondern das sieht nach Butterkisten oder sowas aus. Keine Ahnung. Andere Seite. Da ist was Rundes. Unten ist gar nichts. Also hier, was Rundes. Was Rundes ist immer gut. Und vor allem, wenn man es greifen kann, ist es immer gut in solchen Spielen. So, komm schon. Alter, noch zwei Minuten. Wie soll ich eine zwei Minuten ein ganzes Lebenserhaltungssystem herstellen? Ah, zum Beispiel mit Sauerstoffkapseln. Die zehn Sekunden bringen. Oder was war das jetzt? Fantastisch. Pearson System. Offline. Offline. Reboot. Geht nicht. F. Interact. Reboot. Interact. Reboot. Not enough power. Alles klar. Das heißt, da brauchen wir auch wieder so Schlüsselscheins. Das sind dann scheinbar keine Schlüssel, sondern Energiekapseln oder wie soll man... Ah, Sauerstoff, 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 Sauerstoff. Sauerstoff, Sauerstoff. 2,20. Drei Minuten. Ah ja, da unten sehen wir auch, Tank ist fast voll. Okay, drei Minuten ist das Maximum. Was ist hier? Kann man uns da durchquetschen? Kann man uns nicht. Ich verliere jetzt schon so langsam die Orientierung, wo jetzt hier oben und unten und sonst was war. Aber jetzt haben wir uns einmal gedreht. Ja. Haben wir uns. 2 Minuten. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Moment. Es ist nur eine. Zack. Oh Mann. Nur Sauerstoff. Ich. Vielleicht finden wir noch irgendwo den Station-Nerd, den sie in den Spind gesperrt haben oder so. Ähm. Ja, fuck. Ich dachte, hier wäre jetzt noch... Und wo nehme ich jetzt... Mann, oh. Man, da drüben vielleicht auch noch Spinde, die man hätte aufschließen können. Hier sind... Da ist noch einer zum... Ah, da ist... Lass in dem Ding hier. Was ist da? Was steht? Sehr unscharf geschrieben. Read. To Copernicus Moon Hub. Issued for Space Elevator. Drop 788847. ASI-Parts. Ach, das sind die anderen... Das sind die anderen Parts, oder? Von denen. Ist das... Ist das das Paket von der... Ist das das Paket von der... Von der Maria, die ihre ASI... Jo, egal. Haben wir jetzt... Andere Sorgen. Ah, ha, ha, ha. Gib mal her. 2... 3... 4... Mehr geht nicht. Wann da vorne noch? Moment. Moment, 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 Moment. Mir dämmert was. Mir dämmert da was. Äh. Guck mal. Wenn ich das jetzt rausziehe. Na klar. Warte. Kann ich das hier auch wieder rausziehen? Bitte lass mich das wieder rausziehen können. Bitte. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich hab die Lösung. Äh. Mann, dieses Spiel. Das dann unter Zeitdruck. Weißt du, du bist hier schon in voller Panik. Ich kann mich auch immer so wunderbar reinversetzen hier dann. Oh, Alter. Jetzt hat... So, das dahin. Ist das scheiß Tor halt zu. Hauptsache, wir haben Sauerstoff. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr zurück zu unserer Kapsel. Zurück geht eh kein Weg. Und jetzt... Reboot tut gut. Ach. Check the station's connection to the MPT network. Access station power inside the control center in the LIPRA wing. LIPRA wing. Bring life support systems back online. Das haben wir schon. Okay, das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Hier oben kommt dann immer das neue dazu, was man erledigen müssen. Okay. Also, wir müssen zum LIPRA wing, zu diesem Flügel, Libra-Flügel oder wie auch immer wir ihn nennen möchten. Hier geht nix lang. Wo, ja, äh, äh, wo gehen wir jetzt lang? Ah, zum Beispiel durch das Loch im Boden. Gut, dass hier doch keine Schwerkraft ist, weil sonst hätten wir jetzt, nachdem wir das aktiviert haben und davor standen, da drüber standen, einen ganz schönen Abflug gemacht. LIPRA wing. Hoffen, wir sind da öh, zu. Ah, da ist ein, da ist ein Soundding. Okay. Okay. Copy control. We're all set. Ready for descent. The MPT network is still down. So expect the lights to go out as you descent towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you. We hear you control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descends in 3, 2, 1. Descends engaged. Godspeed. Ja, okay. Es wurden also zwei Personen, Sarah Baker und Rolf Robertson, runtergeschickt, um zu schauen, was denn da unten auf dem Mond passiert ist, dass hier oben die Stromversorgung ausfiel. Und das hier scheint dann so eine Art Superlift zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt in dieser Mitte dieser Röhre sind, die wir da gesehen haben. Und da dann eben wohl, ja, kann man wohl runtergeschossen werden. Wo ist das alles so unscharf? Was hier? Lose? Können wir es kennen? Dossier. The Pearson Space Elevator improves the logistics of getting people and supplies to and from the moon. Da siehst du, da haben wir es doch. Alles klar, das ist dieser Lift hier, das ist diese, 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 diese Riesenröhre. Okay. Jetzt wurden welche hingeschickt und wegen der Emergency, wegen der Notfallmaßnahmen hier hatten die allerdings auch nur eine sehr, sehr geringe Zeit. Was ist denn hier, warum, habe ich denn eine Grafikeinstellung? Ist da was verrutscht? Verrutscht? Ich schaue gerade mal. Nicht, dass wir da, ne? Äh, Epic. Ne, alles okay. Tja, war ja eigentlich immer alles gut lesbar. Eigenartig. Na gut, wie gesagt, Pre-Access-Version, die ich hier habe, ne? Zum Early Access am 28. Das ist ja mittlerweile schon um, ja, wo diese Folge hier kommt. Da wird dann hoffentlich alles noch ein bisschen besser aussehen. Und wenn nicht, dann wird es nachgepatcht. So, äh, jetzt, ähm, Moment. Ich habe jetzt natürlich mal wieder die Orientierung verloren. Wir kamen... Da her? Hier her? Ich weiß nicht, irgendwie... Uh. Ne, Moment, Hilfe. Äh. Äh, noch. Da, 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 da ist die Öffnung. Okay, hier kamen wir her, augenscheinlich. Da... Da geht's nicht raus. Da geht's raus. Okay. Boah, ist das bedrückend. Da scheinen es weiter zu gehen. Interessant. Also... Das MPT wurde wohl evakuiert. Zwei wurden runtergeschickt. Augenscheinlich hatten sie keinen Erfolg bei ihrer Mission, wo sie nur 40 Minuten Zeit für haben. Entweder sind sie dann wieder hochgekommen und wurden mit evakuiert oder sie sind halt unten, naja, zurückgeblieben, augenscheinlich. Das Ding hier wurde evakuiert und darum, ja, finden wir hier jetzt auch keinen. Noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Na, dann lass uns mal diesen Weg gehen. Boah, wer baut sowas? Boah! Das ist was für Leute, die Höhenangst haben, oder? Meine Herren. Uh, meine Fresse. Hat eine Horrorvorstellung, um im Fahrstuhl da runtergeschossen zu werden. Aber geil aussehen tut's. Wir sind ja heute in der Angespielt-Folge hier zum Thema Grafik unterwegs. Und daher, also ich... Die Grafik schafft es schon, die Atmosphäre einzufangen. Und das ist, glaube ich, eigentlich die Hauptaufgabe, die ich eigentlich in der Grafik von Spielen zurechne. Schaffen die es irgendwie, Gefühle zu transportieren, den Spieler in die Welt reinzusaugen? Ja, nein, vielleicht. Da habt ihr die Möglichkeit, abzustimmen. Oben rechts in der Ecke. Das I ist jetzt immer noch verfügbar, natürlich. Da könnt ihr noch eure Stimme abgeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Deliver Us The Moon. Hoffentlich wieder. Und dann... Was ist eigentlich jetzt die Mission? Control Center Light Probing. Müssen wir immer noch hin. Das ist aber da vorne. Also, sieht so aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Mal schauen, wie lange noch. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.